Also, nicht auf die Bienen springen. Ich tu mein Bestes. Nicht immer du Schwengelkopter an den Bienen reiben. Hol mich mit! Wir müssen da zu zweit hinkommen. Ich fahr da jetzt vorbei. Oh nein! Nein! Was mach ich denn? Ich bin auch so... Ich bin auf dem Kontroll hier, ey! Oh Mann! Ah! Daddy, jetzt ist alles verschossen hier. Alles verpulvert. Mein Kind ist schon wieder leer, ey. Jetzt darf ich wieder ran. Supi! Die ganze Arbeitszeitung war umsonst. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen wollte. Er kommt nicht mehr klar. Die Skillgranaten explodieren hier wieder, ey. Oh, 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 oh! Ja, die Minus-Skillgranaten hier. Das passt nicht von der Zeit, schade. Ups. Shit! Ey! Ich bin aber nicht gesprungen. Jetzt warte ich. Ich bin nicht gesprungen. Ja, jetzt warte ich aber. Worauf? Ja, sonst springt die da wieder. Nein, nein, sie ist nur gesprungen, weil ich da mit dem Kill abgesprungen bin, sage ich mal. Ja, noch kurz! Da war der Wagen in der Luft. Ja, mach! Die springt nicht! Die ist nicht mehr gesprungen! Ja, natürlich nicht, weil du nicht gedrückt hast. Ja, sicher hab ich gedrückt! Ich hab den Knopf hinten durchgedreht. Ach, da hätte ich... Ja, ey! Immer diese Ausreden. Das ist alles extra! Immer diese Ausreden. Wenn ich's extra gemacht hätte, wär ich früher gesprungen. Guck mal, wir haben jetzt wieder ein Leben. Ja, ich hab das extra gemacht. Oh mein Gott, du hast mich abgelenkt. Ah! Oh, ja gut, das konntest du schaffen. Das wird sauknapp. Oh Gott! Oh, du Arschgeburt, ey! Wie geht der Tür, ey! Du Arschgeburt! Bitte! Das schaffst du nicht! Was hast du denn hier? Ja, Mann! Ich muss nur demotivieren! So. Boah! Das schaffst du im Leben nicht! Ich... Du bist zu dick! Jeiss! Ha! Ja, so ist schonmal... Okay! Ha! Ha! Pure Motivation! Achtung, jetzt kommt ein G und dann ein rotes Fass! Das ist ne... Das ist ne grüne Kackfass hier! Kommt jetzt! Und da rot! Grün! Rot! Äh, keine Ahnung! Du holst einfach beide, genau! Ha! Ha! Das ist ne Lücke! Wee! Panische Sprung! Hauptsache was machen, bevor man stirbt! Ja, das... Ha! Das ist meine final Attacke, ey! The final attack! The last! The last! Last Resort! Last Resort, ey, ey! Ah, du Arschgestinkte, ihr Mistart! Pfff! Der soll springen, ey! Ja, das ist der A-Knopf! Die legt! Ja, das ist schon mal gut! Jetzt müsstest du's nur nochmal darüber schaffen! Komm! Der hat doch schon die Gleise gekitzelt, der da! I believe I can fly! I know I will die! Bye! Jaaa! Na komm, warum holst du mich nicht mit? Nein, Quatsch! Ja, ja, ja! Iiii! Pff! Nein! Jetzt hast du mich hier vor aus dem Konzept gebracht! Hast du... Noch... Jetzt reizt ihr ab, irgendwie... Pff! Puh! Jetzt mach hier, komm! Jetzt reizt es mir aber! Nö, jetzt muss ich erst mal einen Stub trinken! Solche Frechheiten hier von der Repetition. Ja, jetzt lach ich. Aua. Ja, das Let's Play. Ach du Scheiße. Ja, da kannst du laut sagen. Kein Kommentar. Nein, wir müssen nichts machen. Bitte hol wieder jedes Fass mit, dann sterbe ich, dann sterbe ich vor Lachen. Jetzt mach ich richtig. Mein Kiefer schmerzt schon. Ach Scheiße. Ja, ne nehm ich das auch nicht. Ja. Mein Kiefer sperrt schon. Was machst du denn da? Lachen wie Sau. Jetzt rein da! Na ja. Der Rap-Hit ey, das machen wir. Alter, das ist so leck! Ach, ey, wir sind aber auch kacke, ey. So, so Selbstreflektion mal hier einbauen. Ach ja, sind wir, aber es macht Hölle Spaß. Also mir zumindest. Nehm ich mal das Handicap mit hier. Mein Airbag. So. Ein Airbag ey, du bist fett genug. Du brauchst nicht noch ein Airbag. Dich ey, bist du, bestehst du nur aus Luft. Schaffst du das? Oh, das wird knapp. Genau wie dein Kopf auch nur alles heiße Luft. Spring! Ach zu späät! Bad! Oh, Alter, ey, der Knochenwege springt nicht, ey. Eieieieiei, jetzt muss ich dir wieder die schwere Action probieren. Du musst doch viel aus Donkey Kong Handkrieg holen. Sieh zu. Da war ich der Skill-Bolz, wenn ich viel mehr so um Schwerkraft ging. So, wo kam das nächste Plus fast da? Ach ja! Kacke! Ach, der Hattie und seine Bienen. Die Bienen sind meine Claptraps, meine Claptraps sind deine Bienen. Ja, so sieht's aus. Der Rappet, ey. Oh. Ey, jetzt hast du mich voll abgelenkt. Du musst es auch noch alleine machen, ey. Er schildert in seinem Keinfach. Aber wenn du es jetzt schaffst, ist es umso cooler. Ja, sicher. Jetzt ist das Handicap. Ich meine, du springst jetzt in das Fass da rein, aber... Ja, es könnte... Ja, springen. Ja, siehst du, es klappt doch, ey. Ich hab Leben geholt, weiße. Jetzt wird's elegant. Lass mich extra zurück und dann schaffst du es. Ja, ich will dir zeigen, wer der King geht. Dann ist die ganze vorangegangene Schande weg. Oh, der King ist weitergekommen als ich. Nehmen wir mal die zweite Schlucht, ey. Mal gucken, was da so drin ist. Jetzt kommt die Hardcore-Action hier. Ey, wir haben nur 25 Leben für die zweite Schlucht gebraucht. Mhm. Da muss er erstmal mit dem Staubsauger anfangen. Hatsch, hatsch. Schnappatmung. Ja, anders geht das nicht. Ja! Und da eine Schnappatmung. Oh ja, sehr schön. Ja, ist das schön. Siehst du, jetzt schaffst du das tatsächlich. Das ist doch saugut. Spring, spring die Sau. Nein! Ey, die haben da nur Rot hingemacht. Ich sehe auch ein paar Grüne. Ja, da kommst du nicht dran. Da muss man zu zweit sein. Ja. Du hast mich ja nicht mitgenommen. Ja, was ist denn da passiert, ey? Ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich da auf einmal keinen Bock drauf, weil du so frech bist sonst. Oh, da ist der Skype-Call weg. Aber keine Angst, Leute. Der kommt wahrscheinlich gleich wieder. Wird schon passen. Ich meine, das ist nur der Handy. Oh, oh, kacke. Wahrscheinlich flamte er mich jetzt. Oh, jetzt wurde auch der In-Game-Sound... Oh mein Gott. Ja, jetzt wurde mein In-Game-Sound von Vista verringert. Das ist scheiße. Ach, nicht Vista, Windows 7 verringert den In-Game-Sound, wenn der Skype-Call abkackt. Wow, was machst du denn? Es ist nur der In-Game-Sound ein bisschen leiser als eben. Ja. Ja, komm, die letzten Lebenballer waren noch rein. Sicher. Oder du schaffst es, suchst sie aus. Ja, sicher. Es ist jetzt schade, dass der In-Game-Sound merklich leiser ist, also wahrscheinlich kaum noch hörbar. Das geht, aber ich dachte, du wärst jetzt weg, ey. Nee, nee, im Moment hat Skype ein paar Bugs scheinbar. Ey, scheiß Skype hier. Oh, scheiß. Sollen wir mit hier auf den Lohre fahren hier? Was ist da los? Ich werde wahrscheinlich so machen, dass ich einfach den Sound lauter mache. Nee, nix, hat's ja lediglich. Passt nicht. Passt nicht, echt? Mach jetzt fertig. Ja, genau so. Geht doch. Wo ist das Problem? Ja, hier, ey! Ah! Aber er wackelt da. Weißt du, ich könnte ihn zusammenhauen, den Knochenbatzner. Wäre so provokanter rum. Können wir gerade eine kurze Überblendung machen? Überblendung? Ja, kurz Aufnahmepause, dann wieder weiter, direkt. Ja! Gut. Also, bis gleich. So, Leute, da sind wir dann auch schon wieder. Hört sich zumindest positiv an. Hedy beschwert sich nicht. Nein! Ich bin nur erwartungsvoll, wie du jetzt das Level weitermachst, weil wir ja so glorreich hier abgestürzt sind. Ja, voll abgestürzt, ey. Das habe ich drauf seit Donkey Kong Country. Ach komm, leck mich doch. Jetzt, ja, hallo. Jetzt komm, mit voller Elan geht das jetzt nicht. Ja, aber das passt vor den Sekunden nicht mehr. Oh nein, oh nein. Öh, spring! Ja, Mann. Ja, da wolltest du noch die, kann ich das fast mitnehmen. Ja, ich wollte über die Schlucht noch drüber. Ja, guck mal, ich sag mal hier, oh, jetzt habe ich die 69. Spring! Ja! Warte, jetzt komme ich bis zur dritten. Pass auf, ey. Mhm, das wird zu fett, ey. Pass auf. Ich habe damit kein Problem, du kannst es auch schaffen. Ja, du kannst es schaffen, wenn du nur fest an dich glaubst. Nein, nein, ich meine, du kannst es. Ich habe damit kein Problem. Ich glaube nicht, dass du es schaffst, aber ich habe damit kein Problem. Ja, Mann, sieht gut. Guuu. Nichts. Guru, Guru, ey. So. Können wir noch ein bisschen langsamer fahren. Vitamine, Guru. Vitamine. Sie alle haben am Klo, ey. Vitamine. Vitamine. Ratschofarm. Die stopfen so. Hallo? Nein, ich habe fast drüber. Habe ich nicht. Scheiße, ey. Habe ich nicht. Ich weiß, ich habe es gesehen. Ich war nur kurzzeitig geschockt. Ja, nein, ja, nein, ja, ja, ja. Ja! Hast du gut gemacht, Heddy. Hoffentlich kommt jetzt kein Speicherpunkt. Dann lache ich mich nur noch dreckig weg. Ja, also ich will mal gucken. Hast du gut geguckt. Ah, halt, halt, halt. War durch die Decke. Die Kamenze. Sogar ein unnötiges Fass. Ja, Mann. Und noch eine Bananenmünze, damit wir auch 10.000 Mal speichern können. Oh, ey, der Heddy, ey. Ey, pass auf, jetzt kommt nur der, 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 der Cranky. No, das ist aber jetzt echt fies, ey. Minimal. Ich habe Angst. Ich will da hoch. Ich will zurück. Warte, nein, nein. Was denn? Spring doch über die da hoch. Nein. Nein, die will nicht. Da bin ich. Ich habe Angst, ich will dich nicht. Boah, ja, scheiße Wind, ey. Ey, wir haben sieben Leben. Das reicht, ups. Ja, danke. Bitte, immer wieder gern. Jetzt hol mich. Ach, ich nehme dich. Nimm mich. Oh, die Schlange, die Schwengli. Die Schwengli, ey. Ja, man, ja, ja, man. Können 3 Milliarden. Ich, äh, mich jetzt zitteln, ob der vom Wind, ja, er wird vom Wind beeinflusst. Ah, scheiß Wind. Alte Spirale, ey. Jetzt zu hier. Der ist doch luftdurchlässig, ey. Du Sau, Wind. Oh, das war's. Na? Äh, da kann ich auf die drauf springen, ne? Ich weiß. Oh, oh. Perle muss kommen hier. Ah, das ist krass. So. War alles gewonnen. Ah, nein, ich darf ja nicht lassen. Wie er losgeht, ey. Vitamine. Vitamine. Eieiei. Bring uns auf die Gradeschicht. Das ist jetzt ein richtig gemeines Level grad. Ja, ey, was, was hast du noch die Leben verballert, ey? Ja, ich fühl mich auch schlecht deswegen. Ui. Ja. Ah! Naja. Ne. Ja. Komm, hör auf. Man kann nicht immer der Pro sein, deswegen. Dark Souls und so, das frisst halt meinen ganzen Skill weg. Ah! Oh, da kommt wieder der Luftsprung-Cheat. Ja, das ist auch so ein Luftsprung-Cheat, ey. Das war voll Sendung. Achtung, Wind. Ah! 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 Spring direkt auf die Maus und weiter. Ja, ja. Kannst mir vertrauen. Wenn ich eins gelernt habe in unseren Tuchel-Rappen, ey. Don't trust the Rappen, ey. Ach, ja. Das ist saugemein, ey. Oh, da kommt jetzt wieder hier so eine Windpöhe, ey. Irgendwas ist ja da. Da kommt sie bestimmt direkt. Warte. Ah! 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 Nein, die Tuchel! Ah! Oh, das funktioniert. Ja, das geht. Rauch, rauch, rauch! Besteig dich, süße Schnäck, äh, Spinne, äh. Ey, hör mal auf hier mit dem scheiß Wind! Schlange. Nein! Wir lassen da hochkommen! Ah! Mit dem Ulti-Sprung. Nee. Da hat sogar ein Aar in Bananenform auf dich gewartet. Oh. Jetzt hoch damit, du blöde Kuh. Ja, es ist aber auch schwer. Ja, es ist brutal skillig. Zumal ein Leben hier. Nö. Nein! Nein! Hü-sha! Wie viel brauchen wir denn noch? Ey, du Spack, komm her. Oh Gott, das kann jetzt was für mich. Hup, bup, bup, bup. Was kam denn nochmal? Wie hat das Ganze funktioniert? Spring bis zum Kante und dann hui. Hui? Und dann hui. Und dann hui. Mhm, okay, das merke ich mir. Jetzt einmal und dann hui. Hui! Ja, Mann, das hat was. Da war jetzt nichts Gefährliches, ne? What? Doch, da... Ach, ja, geht das eigentlich so? Bär, bär. Ja! Da wird der Hattie ganz nervös. Ja, da wird er ganz nervös hier, ey. Bup, 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 bup. Oh mein Gott. So, der Hattie hat zwar Angst, aber ich packe das. Ich schaff das. Musst du hier schwengen den Kopf dann, ey. So, da Wind, ne? Huh! Oh, pass an! Nein! Nein! Was machst du hier? Ich bin vor dem scheiß Kroko geflüchtet. Jetzt reicht's mir hier. Jetzt mach ich richtig. So, ja, nein, 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 nein Abgesprungen, ey. Ein mega-Cheat, ey. Ja, sicher. Na! Ja, weiße Tabak, die Kante. Die Gier hat ihn getötet. Nein, die Kante. Die Gier. Die Gier-Kante. Ja, von mir aus. Ach, das war auch die Gier-Kante. Noch vier Leben, noch vier Bananen. Noch vier Bananen? Ja. Drei Bananen. Ja! Ja! Wir können drei Millionen mal speichern, ey. Ist das egal? Ja. Wenn wir da noch hinkommen. Nein, nein, nein. Ich spreche aber hier demonstrativ dreimal hinter, ne, nein. Ohne Scheiß, auf Nummer sicher gehen, ne? Ja, das muss er überwachen. Dreimal speichern, ey. Hup, hup, hup. Das hat schon mal geklappt. Die erste Schlucht ist schon mal. Die erste geht, ja. Nur wenn man dann an die Experimente geht. Höh! Ah! Ah, das hat mein Kumpel gemeint. Warte, guck, pass auf. Nach diesem Abfedern. Weißt du, nach dem Springen von ihr selbst. Ja. Kann man noch springen. Das heißt, wenn wir dadurch in die Schlucht fallen würden, können wir trotzdem nach diesen Federn noch springen. Ja. Das ist auch cool. Ich hab den Bug entlarvt. Ach, Kacke. Du hast den Bug entlarvt. Erstmal eine halbe Stunde lamentieren und dann huch. Er labert hier erst mal. Dann kackt er erst mal mit zusammen, ey. Und zwar an derselben Stelle mit dieser Scheiß-Schlange. Wieder ein typischer Rapid, ey. Ja. Ich verstell mich nicht. Das ist alles authentisch, unzensiert, ganz normal. Also typisch. Das ist ankant hier, ey. Typisch. Donkey Kong Country ankant. Mh, ankant, ja. Ich hab das schon gehört. Ankant? Mh, mh. Was denn? Gut, dass alles aufgenommen ist. Ich hör jedes Wort. Hast du schön gemacht, Heddy. Jo. Wir sind stolz auf dich. Ich bin ja noch kein Apodulier, oder? Mhm. Hopp. Das ist toll. Ich weiß. Harz, was für's schön. Mach. Komm, Baby, das schaffst du. Ich weiß. Ja, ich voll gut bin und so. Ich hab den's nicht gehortet. Na los, jetzt springen. Nicht zurück. Ich heiß nicht der Rapid. Das stimmt. Da gibt's nur einen. Entweder Ulti-Sprung oder du springst an den Haken. Da steht A. Ja, das ist das Aufladen der Schlange. Die rote Rakete. Wahrscheinlich, wenn ich oben bin, dann... Oh, was? Hey! Was ist das denn für ein Scheiß? Ich lass mal wild wegrutschen hier. Ja? Nee, das... Nö. Dann schmeißt die Schlange weg und dann geh einfach so rüber. Ja, jetzt hast du hier nur, du Schlange. Das ist ja auch ein Foot hier, ey. Oh, ein Bonusfass. Da kann man sich aber auch reinwerfen, oder? So, jetzt aber. Voll unnötige Schlange. Na echt, ey. Scheiß, bist viel. Jetzt kriegst du Ärger mit Kiso. Ah! Ja, da hab ich so voll Angst gekriegt. Okay so, hör auf ihn einzuschüchtern Och, da ist ein Bonusfass Oh, gut, dass du das gefunden hast Ja, ich weiß auch nicht Du deine Lebelle Da hat er genau gewusst, was passiert, als er einen Knopf gedrückt hat Och, da ist ein Bonusfass Er will nur die zwei Bananen sammeln, um Leben zu farmen Ja, wie soll ich das denn schaffen, ey Springen So Ja, ja Oh, elegant, das war jetzt nicht so gut, aber egal Komm, ich mach das Komm, ich mach das Ich mach das Bitteschön Mal gucken, ob ich das kann Du wolltest Oh, Käpt'n-unfähig hier Erstmal in die Schlucht werfen Erstmal weg mit der Eis So, wie geht das jetzt, das muss ich natürlich auch einen Testversuch mal machen Hui Achso, das war gar nicht Mappbesiege alle Gegner Mhm Oh nein Ja, jetzt hat er mich hier wieder hingeschaut Ja, klar Ich wollte Oh, Mittelfass Das kriegst du, komm, das kriegst du Ja, Mann Boah Ich muss da irgendwie mit meinem Kopf Ey, wir haben die Kacke, nein, nein Jetzt fliegt ich wieder ein Anfang zurück Ich bin da Da freu ich mich auch, wenn ich da bin Jetzt aber kommt der Rapid Ja, ja, ich bin da Ja, das ist schön Mit der Schmeiß Ja Das war schon die Kiste Die Kugel Die Haken waren zu spät sichtbar Hätte ich die Truhe nur weggeschmissen Das war eine Mimik Schaffst du Kann man da ducken? Nö Ja Ja, jetzt schwänger Super, hast du das gemacht So, Ufa, hast du ein Du kannst eh durch das halbe Level fliegen Ja, das kann er Du Ja, ja, das kann er Kann er Scheiß drauf Okay Jetzt einen dicken Haufen drauflegen Wenn du dann vorbeirenst, musst du die Genau Elegant Wieder übelste Präzisionsskills Kannst eh drüberspringen rechtzeitig Ja, warte mal Das hört doch wieder auf, oder nicht? Ja, ja, tut es Jetzt geht's weiter Waaah Wo? Sch, lass doch stehen Mein Herr Und da kommen jetzt Nein Nein Boah, dieser Bastardwind Eddie Was tust du? Dieser Bastardwind Da kann er schon Cheater schwengeln Und kriegt's nicht auf die Reihe Der Cheater-Schwengel Maaan So, mal gucken, ob ich das hinkrieg ohne Schwengel-Cheat Das ist auch so schwer Kacke Okay Es ist doch nicht einfach ohne Schwengel-Cheat Du kommst da hier nochmal Ich weiß das Das ist jetzt wieder dein Auftritt hier T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Oh, elegant Ey, das war doch drauf Elegant, ey Jetzt nimmt er wieder seine Mimik mit, ey Eleganz pur Also schlechteres Timing hätt's jetzt echt nicht wählen können Ich hätt noch der Heady machen können Ja, dann hätt's das dann geschafft Der wär dann direkt in die Schlucht gesprungen, ohne irgendwas zu machen Ja, als ob ich das bin, der immer eine Schlucht hüpft, ey Wie war das eben? Der Wind Nein, nein Elegant ist Game-Over Als ob ich das bin, der Suizid Der Heady und der Apple, die Kacke voll ab Mal wieder, da drückt das direkt weg, ey Die Schande muss verschwinden Na gut, Leute Verabschieden wir uns hier, ey Ja, wir machen jetzt mal irgendwie einen kleinen Cut und sehen uns dann direkt wieder Einen kleinen Cut? Ja, oder wir sehen uns in diesem schönen Level wieder Ja, in der nächsten Folge Ja, sicher Ja, Leute Also wir fangen wieder in dem Level an, so Ja, ist halt Hallo Um alles klarzustellen Der Heady drückt sich da immer so kompliziert aus Ja, ja Ich bin nicht so einfach gestrickt wie der Räpfel Da geht das Ja, du bist ja auch eine Frau, also, ne Ja, eben Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder da, wo wir grad Verreckt sind Ja, ja, genau Schön, hätte ich das jetzt nicht sagen können Also dann, macht's gut Ciao 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 Ciao